Moin, ich sitze hier mit meinem Kumpel Alex Meyer, deutscher U20 Poetry Slam Meister. Wir treten jetzt nächste Woche auf Hamburg, 11.05. Zeise Kino, 22.30 Uhr. Ja, ich würde sagen, kommt einfach vorbei, schaut es euch an, wird bestimmt ganz lustig. Hier, Beatbox meets Poetry, könnte man unser Projekt nennen. Ja, und damit er jetzt nicht so ganz unvorbereitet kommt, würde ich mal sagen, so ein kleiner Freestyle Part von uns. Aha, Alex Meyer. Schönen guten Morgen, meine Damen und Herren, es tut mir leid. Ich muss mich ganz kurz entfernen, denn es hat keinen Sinn, dass ich hier einen textlichen Versuch starte, bevor ich erstmal einen Kahn habe, was ich Ihnen hier eigentlich erzählen will. Ich meine, irgendwie hat das Mr. Given schon getan, doch irgendwie habe ich noch was zu erwähnen. Ja, ich meine, kommen Sie ins Zeising am 22. Dann sehen Sie uns und können was erleben. Ja, ich schwöre, das wird echt eine miese Show mit einem Hammer-Mega-Mörder-Flow. Oh, jetzt nicht von mir, aber Sie hören es hier selbst, Mr. Given, Mr. Given, Mr. Given on the show. Danke, Alex. Passt. Hallo, schon State staat 情. Vielen Dank.